Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS2 hier auf meinem Kanal. Ja, ich weiß nicht, wie die Soundqualität ist. Ich nehme es einfach mal auf. Katze ist auch wieder wild geworden. Flugzeuge fliegen noch nicht passt alles zusammen. Ich habe den Fäsen, 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 ich habe den Fäsen. Ich habe die Topfunk-Ansicht und Mensch und priest denn hier habe ich den Fäsen, den Fäsen, ich habe den Fäsen, das Lag ist ein paar Konzept. Nein, ich habe den Fäsen gesehen. Aber ich habe den Fäsen, ich habe den Fäsen, ich habe den Fäsen gespürt und das colour nicht banyak. Duchái hat mir den Fäsen gespürt. So und ich habe den Fäsen. Wie war die interesse uncomfortable? Einen Informationsbereich. Also, House hat ihr gew gebracht? wenn man sie nicht so gut und es funktioniert auch nicht schön in der Fall ist man nur zu sagen, dass die Klinik nicht mehr so lebt, sondern sie sind eben nicht mehr so lebt und es sind eben auch die Klinik nicht mehr so lebt und dann kann man ja auch nur die Klinik nicht mehr so lebt und ich bin nicht mehr so lebt Ja, wir können es nicht einmal schauen, ob es nicht mehr so ist, wie es nicht mehr so ist, wie es nicht mehr so ist. Nögen sind wir mehr so ist, wie es nicht mehr so ist. Verstehen wir mal so. Auch solange alles hell bewiesen finde ich das unbeschüttelnden Problem. Aber wie heißt das? Wir werden das CSP noch über die Tiefe nach Südendurch verbrauchen. Ich weiß es ne, aber wir werden das CSP noch bei den Tiefungen dort nach Südendurch auf den Laws und Dirk in den Senk. Das ist ja gut wie in, das ist ja gut wie in predominantly der Sahlwicht auf der Luft. Das war's. Ich bin der Erste. Ich bin der Erste. Ja, ich bin der Erste. Ich bin der Erste. Ja, gestern haben wir uns ja gegenseitig. Wir haben uns ja ein bisschen gebraucht. Von mir war das nicht, dass wir ein bisschen verkohlen, um auf keinen Punkt zu kommen. Das ist auch nicht so, dass wir einnehmen und etwas und zu einem anderen Weg kommen zu Pflanzen. Das ist natürlich so. Ich denke, wir haben dann die Bluffenmeier. Ich denke, das ist schlecht. Ich denke, das ist schlecht. Ich denke, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich denke, das hat so viele. So, und jetzt gucken wir mal, was wir zu finden. Wir finden, wenn du aufnimmst, dann bist du mit der Rackierung geblitzt. So, ich bin an ihm vorbei, in der Anstelle werde ich nicht schlampfen werden und ich gehe. Ich mache mir diesen Prinzip, vielleicht nur auf den Kassenplatz. Aber sie haben keine entsprechenden Anstelle gegeben. Das hilft gleich in den Kassenplatz, die man zu sehen hat. Aber ich möchte nicht mehr. Wenn man sich in den Kassenstieg mit dem Anstelle weiß, dass sie ihn dann verlassen. Zum Beispiel auf dem Kassenplatz kann ich auch, wenn man sieht, dass sie bei den Anstelle gewesen ist, nicht alles st thế. Die nächste kleine Anstelle ist ein bisschen so ein bisschen in der Anstelle. Aber er ist ein bisschen schon neu. Den wir in der Anstelle beraten. Wie sie sich zu sehen, ist die Anstelle an der Anstelle. Die Anstelle ist wieder, dass sie es nicht zu nehmen. Der Anstelle ist. Das scheint natürlich noch ein Problem der Bühne zu sein. Doch das ist das Schwierbezinsame jetzt auch nicht. Das ist das Schwierbezinsame. Das ist das Schwierbezinsame. Das ist die Welt der Bühne. 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 Dasятие sind die Welt der Bühne und Fernseher. Teil 956 wirdugang 12,009. Das ist die Welt der Bühne und Fernseher zu geringen. Und später können wir die damit wissen. Und obwohl ihr jetzt für das ist, dass wir in meinem Gesicht bekommen, dass sie es nicht mehr haben, dass sie es nicht mehr haben, dass sie es nicht mehr haben, dass sie es nicht mehr haben. So dass wir dann natürlich nicht mehr sehen. Und ich finde, dass es nicht mehr so schlecht ist. Ich wollte, dass wir da noch nicht mehr tun können, weil ich jetzt noch nicht mehr so was zu messen. Und da ist es noch nicht mehr so. Bis zuerst umzuschließen, da sind wir schon überall mit dem Abbieg für das Deck, die da werden ja entgegen, dass es so richtig schön gibt, denn noch ein bisschen komisch wird sein. Es ist noch nicht mehr so. Und so. Aber das ist auch nicht mehr so. So, dass wir das Hippchen so jetzt nicht mehr sehen. So, dass wir uns auch wieder hoch prüfen müssen. Und hier ist es noch nicht mehr so. Wir machen ja jetzt wieder mal schon die inne. Aber es gibt ja noch nicht mehr so. Also, wir werden noch einen Geburt von den Schläfen sehen. Und wir haben das Ölgängchen. So, wir führen uns ein roleschen. Und wir sehen uns immer noch ein anderes zu. Und das ist alles, was ich weiß. Und ich bin mir da. So, ich weiß, dass ich hier nicht mehr mit den Kultuskern bin. Ich bin mir da, die ich nicht mehr mit dem Kultuskern bin. Ich bin mir da, die ich nicht mehr mit dem Kultuskern bin. Ich bin mir da. Ich kann jetzt, wenn ich meine Heidenschaft nicht mehr überlegt, dass ich die Spirits- und Anfängerung einstehendere, dass ich mich nicht mehr so gut. Ich kann es nicht mehr so gut. Ich kann es nicht mehr so gut. Ich kann es nicht mehr so gut. Wie gesagt, man ist noch gleich so ein Blödsinn für seine Träger, für die Läden, wie es mein Engl-Tipps tut. Damit man nicht so blöd ist, sondern so freilich, weil sie so froh sind, weil sie so sind. Und damit muss man sich nicht mehr so ein Blödsinn machen. Danke. 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 Die Lüge zu verursachen und zu verursachen. Die Lüge zu verursachen und die Lüge zu verursachen. Das wäre jetzt hier so schlimm, wenn wir aufgeführt werden. Warum? Das ist ein Trailer-Marschirm. Wir haben hier einen Aufheber mit einem Highfall-Train, mit einem Software-Train. Das ist so funny. Ein Trailer-Maschine ist ein Städtischen. Sie sind in Anadolu's. Sie sehen, dass es ein Auto-Train ist. Wir wollen die Highfall-Train. Wir werden die Füßen mit uns hier fliehen. Wir sind nicht so gut zu greifen. Und wenn ich die Füße schaue, wo wir sind, hast eigentlich ganz gut, wir sind fast damit wieder vorgegangen. Wir gehen jetzt ganz, ganz auf die Reise. Und wir werden nicht mehr sehen. Das ist so gut. Also, wir haben ja die Füße auf den Weg und diese Risiken, und wir haben nur eine Wettbewerb zu dem你看. Ich möchte jetzt mit einer Wettbewerb einstellen. Wir gehen jetzt mal wieder auf die Aufstrahlung fest. Okay, jetzt ist das hier noch nicht so gut. Das ist noch nicht so gut. Und dann kommt hier der Tag wieder ab, der am Ende ist. Da hinten ist auch noch nicht weg, das passt. Vielleicht ist die Folge einfach hier von der Treppe zu drücken. Aber das ist noch nicht so, das ist auch noch nicht so. Also der fängt, das ist ein Punkt der Treppe. Und dann ist das immer so. Man. Ja, und in der Sprachqualität erscheint es schon dran zu sein, was du nennst. Es ist gerade Punkt 6 und schon kommt der erste Flieger, mein Freund. So, ja, ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen, freue mich auf die nächste Folge und sage bis dahin erstmal ciao, ciao. So, ja, ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch. So, ja, ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch. Vielen Dank.